Häh? Kann ich hier nicht einfach durch? Was willst denn du? Häh? Achso, das war eine Glastür. Was haben wir denn hier? Das ist Kino. Oh, das sieht zu geil aus. Kann man hier einen Screenshot machen? Näh. Ach man, wie war denn die Screenshot-Taste für Dingens? Das weiß ich gar nicht. Ah ja. Sollte dir zu Dingens geben. Also, ich glaube, ich hatte es kommen. Ich vermute dich so viel. Ich vermute dich auch, honey. Aber ich werde zurück nach Hause. Ich werde ein Circus zusammenziehen, sieht man? Es wird für alles bezahlen. Und du weißt, wer es wird? Der Amazing Vincenzo. Wie viel schnauern hast du schon gemacht? Ja, es wird die Erinnerung der Vincenzo-Taste. Er ist gut, hm? Schau, du bist wirklich nicht so weit gekommen. Ich werde dich nach Hause bringen. Ich bringe dich die Mischung. Sch, sch, sch. Aber... Sch, ich habe ein paar Investoren. Und sie... ...dunnen die Kinder nicht so viel. Ich muss dich nach Hause gehen. Aber ich bringe dich... Didi, du musst aus hier raus. Ich will nicht sagen, Mom, du bist weg. Okay, los! Hey, Carmine, Silvio! Er muss nicht die Musik zeigen. Er ist Salvio, also warum sind wir hier? Salvio, ja, was habe ich gesagt? Ich habe gute Nachrichten. Vincenzo ist in. Wir müssen die Musik zeigen. Du hast ihn? Du bist sicher? Ja, ich bin sicher. Er wird aufbauen. Ich bin sicher, dass du den Tag hervorragst. Also, das ist das, warum du uns hierherbringst? Ja, ja, außer der Projektor ist gebro. Weil wenn du ihn nicht verletzt hast, dein Circus wird floppen, und du kannst uns nicht mehr bezahlen. Und dann werde ich dich verletzt, und dann sehen wir, wie du siehst. Ich werde nur ein bisschen mehr Geld um zu finalisieren. Bist du schützt mich? Was hast du Geld auf? Es wird alles zurückgekommen. Oh! Oh, 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 oh! Film auf der Leinwand. Kommen wir hier durch? Wir müssen hier irgendwie durch. Ohaah! Ah, komm schon! Wie kommt man denn hier rein? Schiff sind wir an hier. Okay, okay, okay. Ah! Ei, ei, ei! Sock. Hey, knock it off, Sal! Check this out! Geez, he is amazing! I told you I got him! Okay, let's go get your money. Thanks a bunch. Look, why don't I swing by tomorrow and pick it up? Relax! Let's go have a drink, huh? I know a guy will fix that finger right up. I can't. I gotta go meet someone. Boy, you're in a hurry, huh? She must be a real ripe tomato! Haha! You wanna go meet Johnny's tomato, Sal? I like a ripe tomato. That tomato is my wife. Always wanted to meet the wife. Huh? We'll play Canasta. Just the four of us. Okay, but... He's not asking Johnny. He's telling. He's telling. Scheiße. Na dann hinterher. Wie kommen wir jetzt eigentlich wieder rauszuschnallen? Ist egal. Und hinterher. Ey, der Vater ist eine Lusche, Alter. Wurmschaft freigeschaltet. Wer hat mir den Finger gebrochen? Ja, was weiß ich denn? Akt 1. Die Probleme von drei kleinen Menschen. Geht's im Excelsior Hotel. Mann, was ist denn denn für eine Lusche? Kriegt ihr überhaupt zweimal was auf die Reihe? So. Ach so. Was soll ich denn jetzt hier machen? Oh Gott, das ist ein schön Schirm. Hä, das ist doch gut, wenn die Dinger an sind. Ach so. Warte mal. Pass mal auf. Stopp mal. Ich glaube, ich musste da hochkommen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Aber gut. Ah ja, gut. Ja. Um. Äh, okay. Ja. Wir kommen in dem Moment nicht mehr rüber. Alles klar. Ach, und wieder raus. Okay. So. Es wackelt doch einmal vorher, ne? Ey, Mann. Bisschen warten. Äh, ich springe mal zu früh. Scheiße. Ah! Ich raste hier mal los. Ich hab's fast geschafft. Ja, es war zu früh. Egal. Ach so, vielleicht... Ja, so könnte ich das natürlich auch machen. Nein! Ah, okay. Ja, gut. So ist das natürlich sehr viel einfacher, wenn man das so macht. Ach, scheiße. Okay. Ein Versuch noch. Den zu. Bisschen warten. Los, Fluffe. Oha! Ach, das haut mich dann raus. Richtig. Ah, komm schon. Uh. Los. Ah! Geschafft. Meine Fresse. So. So. Acht von zehn Leuchtkugeln eng gesammelt. Naja. Dann wollen wir mal die Mutter retten, ne? Kann man hier durch? Jo. So, wo ist die Kleine jetzt hin? Ach ja, zum Excelsior sollten wir ja rüber, ne? Häpp, häpp, häpp. Okay, I didn't see that one coming. Tut mir leid. Tut mir leid. Tut mir leid. Ähm. Ey, die Kamera bewegt sich von alleine. Ich bräuchte die Maus überhaupt nicht. Fällt mir grad auf. Das ist ja mal... Höh. Gut. Nein. Äh. Das ist nicht so geil. Äh. Wie mach ich denn das jetzt da? Ich über die Mitte? Warte mal. Ja. Über die Mitte. Hier komm ich ja so, oder? Ne? Ih, das ist schwieriger. Naja, ist egal. So und jetzt ist hier... Ja, gut. Excelsior, wo hast du denn? Hier vorne, ne? Da. Jetzt muss ich wieder so durch die Glastür damit... Ach ne, doch nicht. Oh. Oh oh. Wie ist denn die da auch so schön? Kannst du irgendwas rein? Nein. So. Ach du scheiße. Ich hab das hier im Trailer gesehen. Uh. Begibt sich zu den Züchten im fünften Stock. Oh hell. Zum Anzeigen der Sammelobjekte. Freddy Fair. John Ferris. Ach, das ist seine Rechnung. Ah ne. Kaum ins Schuldnerliste. 20 Riesen. Scheiße. Wieso sind es immer 20 Riesen? Es sind jemals 13 Riesen, nicht 15 Riesen. Es sind immer 20 Riesen. Ah ja. Ich zeig jetzt... Ich muss mal gucken. Eh. Du sollst dich drehen. Was macht der jetzt so? Nix. Nix. Wut. Dann net. Äh, das ist jetzt ein Problem, dass das Licht hier ausgeht. Was soll ich denn da hochkommen? Äb. Ach, stopp. Hier ist ja was offen. Jo, das ist jetzt nicht so geil. Jut. Achso, mhm. Ja, Plan. Na? Und... Bäm! Ich habe zwar keine Ahnung, was das bringt, aber gut. Ich weiß nicht, was passiert. Oh, ich muss da oben hin. Das ist voll geil gemacht mit dem ganzen Licht und so, aber... Ach, oder soll ich da oben? Ah, okay. Das erklärt einiges, ja. Nope. Ah, hier, das sieht gut aus. Oh, die ist so dünne und die zieht sich aber hier auch gut, die wiegt ja dann noch nix, ne? Ja, gut, kommen wir nicht durch. Was haben wir denn hier Schönes? Eieieie. Ich habe keine Ahnung, was das bringt, aber... Ach, warte mal. Doch, habe ich vielleicht. Nee, tiefer kommt der nicht, wa? Ich würde jetzt hier gerne hoch, aber achso, gut, das geht nicht. Äh, mal gucken. Ähm, kommt man hier irgendwo weiter? Hier ist noch was. Jo. Jo. Das ist jetzt ganz gut, ja. Das ist der... Ach, jetzt ist der da oben. Hehe, ja. Und jetzt? Wie komme ich jetzt da rein? Nee. Der ist tiefer unten. Hm. Ach, ich bin noch Akubat, dann kann ich nicht hier rüberspringen oder so. Ich weiß jetzt nicht. Nee, der hier wäre ja der Nächste. Oh, der ist ja auch noch ganz nach unten. Ich glaube, tiefer kann der nicht, ne? Nee. In die Schatten. Wieso kann ich hier in die Schatten? Kann ich mir das mal erklären? Da wollte ich eben hin. Ich glaube, ich habe gar keine andere überall als hier rauf. Nee, stopp. Und den machen wir ein bisschen höher. Ah, ja, ich weiß jetzt. Hm. Ja, jetzt weiß ich was ich machen muss. Hopp, hopp. Nein! Oh, ich habe es noch nicht so richtig mit dem in die Schatten verschwinden. Tut mir leid. Mit dem um die Ecken springen vorhin nicht. So, damit hätten wir das. Was macht das Ding denn hier? Ah ja, das setzt alles in Bewegung. Jetzt bewegt das Ding zurück. Und die Zünden züchten im fünften Stock. Was ist hier? Ach, hier ist eine Leuchtkugel. Ach, das ist die, wo wir unten nicht reinkommen. Ja, und jetzt geht auf Magisch oder weise die Tür auf, ich glaube es ja. Ah, und die zehnte Leuchtkugel ist natürlich da oben. Juhu! Ist okay. Okay. Äh, nee, stopp, die waren eben unten, ne? Ja, doch, ich habe im Trailer gesehen, was jetzt kommt. Bewegt das Ding? Nee, das Ding bewegt die, ne? Ah nee, hier muss ich dann in die Wand rein. Na los, komm. Muss ich doch irgendwo in die Wand können. Ach so ein Dreck. Komm ich hier wieder? Nein! Äh. Vor allem dann wird immer alles schwarz-weiß, ne? Wenn man hier in die Schatten verschwindet. Okay. So richtig der Burner war das jetzt noch nicht so. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Kann man die noch irgendwo dann in die Wände passen, mal auf? Die hat schöne Brüste, die sind normal. So, jetzt ist da hinschalten, Kind. Wieso geht denn das nicht? Ach, jetzt wird alles runtergefahren. Ach, pass... Nein! Pass auf! Sag jetzt nicht, ich muss hier rüber. Doch, ich werd ja schwach. Wieso kann ich hier nicht in die Wand? Ähm... Nee. Nein! Oh nein, jetzt steh ich ganz unten. Ich raste aus, Moment. Ach, scheiße. So... Jetzt gucken wir nochmal, wie sie... Ach ja, äh... Ist egal. Hubala, wieso steh ich denn jetzt in der Figur? Nee, gut, das hat nicht funktioniert. Äh, was war denn jetzt mit der Mutter eigentlich? Hat das einer mal mitbekommen jetzt? Ich weiß jetzt nicht so wirklich, was die jetzt von mir wollten mit dem... Kanaster-Dings. Ich meine, die stehen ja unten. Jetzt müsste ja der Vater und die Mutter oben sein, wahr? Aber sie sind immer noch verheiratet. Ein gutes Zeichen. Ja. Ach, hier kommt man bestimmt durch, oder was? Ach... Pass auf, nee. Pass nicht auf. Scheiße. Ach... Ach, da... Ah, da ist offen. Gut. Schon mal etwas... Und was mach ich jetzt, wenn das... Jetzt... Verschiebt sich alles nach oben. Ach, das ist nur das Licht, was sich denn verschiebt. Es ist also nicht direkt... Ah, ja, okay. Na, nü? Es ist nur das Licht, was sich verschiebt. Naja, gut. Ähm... Ich versuch's einfach nochmal. Ach! Ach! Guck an! So, jetzt hätten sie von zu den Leuchtkugeln bekommen. Bam! Oh, nee. Sieht nicht gruselig aus, oder so. Okay. Ich bin mal die unsichtbare Freundin und mach alles kaputt. Guckt man hier durch? Ja. Okay. Probleme von deinen kleinen Menschen, ja, das hatte ich ja schon mal. Hoppala! Ja. Ja. Ich bin so stolz. Sie sind diejenigen, die deine Finger zerbrochen? Das? Das ist nichts. Ich habe ihn in der Tür. In der Tür. In der Tür. In der Tür. Ach. Ne, fällt nicht auf, dass er... Hoppala! Was ist denn jetzt los? Wieso habe ich kein Tod mehr, oder passiert dir einfach nichts? Naja, komm. Ah! Nein! Ja. Das war intelligent. Ja. Ja. Ich will immer nicht drüber reden, wenn die hier auf dem Film labern, sage ich mal. Vor allem, das ist ja... Ja, das war gut. Äh, das ist ja Story Lane und deswegen ist das dann so... Oh, das ist so schön. Ich weiß gar nicht, wie lange ich schon aufnehme. Langsam könnte ich ja mal... Warum soll ich sie dann leben? Nein! Ja. Ich bin wirklich stolz. Sie sind diejenigen, die deinen Finger zerbrochen? Das ist? Das ist nichts. Ich habe ihn in der Tür. 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 Erinnerst du den Halsdoktor? Das war falsch, Kat. Ich weiß das. In der Bar, die wir gekauft haben. Wo deine Freunde nicht mehr bezahlen mussten. Und jeder... Ich würde mal gerne diesen Dialog bis zu Ende hören, aber wenn du nicht rüberkommst, ist es du bist. Also wenn ich nicht rüberkomme, bist du... Ja, ich will das nicht schon wieder... Ich will nach Hause, Kat. Und du hast noch eine Pote von Gold, in der Ende des Ränschen? Das ist die Vergangenheit, Kat. Ich habe mich verändert. Oh ja? Du hast Religion? Ich bin leid. Ich bin leid. Ich vermisse dich. Ich bin nicht mehr, Baby. Ich werde dich nicht mehr geben, um mich zu schaden. Ich versuche. Ich werde dich nicht mehr sagen. Es fühlt sich schon mal. Ich habe es schon gehört. Ich werde mich nicht mehr stolz auf mich. Und du hast mich in der Tür. Ich habe Investoren. Okay. Ich habe mich nicht mehr stolz. Ich bin wirklich stolz. Sie sind diejenigen, die die Beste du verbringst? Das ist das? Das ist nichts. Ich habe mich in der Tür. In der Tür. Eine Karte. Ah ja, klar. Wieso redet sie nicht weiter, Mano? Ja, gut. Ah, schön. Du glaubst nicht, was du sagst? Ich weiß, weil ich deine Meinung wie ein Highway-Sign. Nein, Johnny. Nicht wieder. Du bist ein Karusel von beschlossenen Tränen. Du kommst und rum. Niemand wird dich nie lieben, wie ich mich. Bleib zurück! Versuchst du mich nicht, Johnny. Ich werde meine Meinung verlieren. Was? 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 Ja. Ja. Das ist gut, wenn man sowas hört. Das ist gut, wenn man sowas hört. Na Mensch, lade Screen. Gut, ich würde sagen, ich mache dann auch gleich ein Päuschen, sobald es gespeichert hat. Und ja, dann werde ich ein bisschen schneiden und das Ganze hochstellen. Ich habe das Gefühl, mein Computer schmiert nämlich gleich ab. Oh, kann es sein, dass ich... Ich hätte den Bildschirm herlammern sollen. Tut mir leid. So, speichert. Gespeichert. Gut. Heißt, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und tschüss. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut.